Erinnern Sie sich bitte an Ihre erste schriftliche Arbeit, wie haben Sie denn angefangen? Meine erste wissenschaftliche Arbeit war so eine fünfseitige Arbeit für einen Lektüre-Kurs und ich war am Anfang natürlich sehr überfordert, weil ich nicht genau wusste, wie soll ich jetzt anfangen und man hat da ein Semester lang irgendwie diesen Kurs und lest verschiedene Texte und am Ende soll man dann eine Abschlussarbeit schreiben und da habe ich so angefangen, dass ich mir dann die ganzen Texte, die man lest über das Semester hinweg nochmal angeschaut habe und dann davon ausgehend die wichtigsten Punkte zusammengeschrieben habe, die ich unbedingt in dem Text drinnen haben wollte, auch für die einzelnen Absätze und das dann einfach ausformulieren, ist schon mal gut der erste Schritt. Genau, also die erste schriftliche Arbeit, in dem Fall war es halt wieder eine Gruppenarbeit, das heißt, da haben wir uns natürlich, also haben wir damit begonnen, uns die Aufgaben aufzuteilen und zu recherchieren, aber da eben im Gegensatz zur Bachelorarbeit halt mehr so mit Internetquellen und Büchern, was doch irgendwie leichter war und ja, dann halt, also wie auch bei der Bachelorarbeit habe ich zuerst recherchiert, 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 bis ich irgendwann das Gefühl hatte, dass ich genug Informationen gesammelt habe und dann habe ich begonnen, mir auch über so Mindmap mäßig die Inhalte für mich selber darzustellen und Sinn daraus zu machen und zu schauen, wie ich das Glieder mag, wie macht das am meisten Sinn, dass ich einen roten Faden habe in dem Ganzen und ja, und dann bin ich irgendwann ans Schreiben selbst gegangen. Aber eben, wenn ich den Prozess davor durchgemacht habe, dann ist das Schreiben dann im Endeffekt relativ schnell gegangen und effizient, wenn es dann soweit war. Meine erste Pro-Seminararbeit war, es war ältere deutsche Literatur, aber ich habe ein Thema gefunden, also ich habe ältere deutsche Literatur mit Queer Studies untersucht und war dadurch sehr interessiert daran und habe eben einfach mir alles zu diesem Thema herausgesucht von beiden Richtern, also das quasi der thematische Hintergrund von der Literatur und dann aber auch der theoretische Background von den Queer Studies und wie ich das angehen könnte und habe eigentlich eben viel zu viel Text gesammelt, was überhaupt nichts mit meiner Fragestellung zu tun gehabt hat. Ich habe so viel gelöscht und wo ich dann später nochmal auf die Arbeit geschaut habe, waren natürlich interessante und spannende Sachen, die dabei herausgekommen sind, aber wirklich auch viel ganz unnötiges Blabla. Also auch, ich habe die Theorie viel zu lang erklärt, ich habe einen irrsinnigen Raum aufgemacht, wo ich quasi den literarischen Hintergrund meines Textes erklärt habe und das war eigentlich alles vollkommen unnötig und meine Pro-Seminar-Arbeit war auch viel zu lang als für den Rahmen notwendig. Das war für mich ein sehr intensives Semester, daran kann ich mich noch gut erinnern. Meine erste längere schriftliche Arbeit war in einem Semester, wo ich zwei Pro-Seminare gemacht habe und da habe ich zum ersten Mal auch ein Exposé geschrieben. Das war für mich wichtig, weil ich habe nicht wirklich gewusst, wie ich anfangen soll, muss ich ehrlich sagen. Das Exposé zu schreiben war für mich sehr schwierig, aber es war wichtig, weil ich dann eine wirkliche Gliederung gehabt habe und ausformulieren konnte, was mein Ziel ist von der Arbeit. Und das war tatsächlich auch meine erste Seminararbeit, Pro-Seminararbeit war eigentlich auch mein erstes wirklich gescheitertes Schreibvorhaben, weil mein erstes Thema abgelehnt wurde mit der Begründung, es sei ein Thema, das bereits sehr viel erforscht ist und man können nichts Neues dazu erforschen. Und das war für mich auch das erste Mal, dass ich in Berührung gekommen bin mit dem Gedanken, etwas Neues zu wagen.